Willkommen zu Let's Play Kirby's Return to Dreamland Deluxe Das erscheint in zwei Tagen am 24.02.2023 für die Nintendo Switch Und ist ein Remake vom 2011 erschienenen Kirby's Return to Dreamland Habe ich bereits Let's Played und zwar zu 100% Ich fand die Version auch super Deswegen habe ich lange gehadert Ah, was mache ich jetzt mit diesem Spiel? Weil ich bin auch nicht so ganz überzeugt vom Grafikstil Ihr seht es hier links, die Outlines rund um die Charaktere Finde ich persönlich, sieht trashig aus Eher wie ein 3DS Game Die Demo, die ich jetzt aber auch vor zwei Wochen gespielt habe Hat meine Auffassung über die Qualität etwas gesteigert Gerade die Hintergründe und Vordergründe sehen eigentlich schon ganz schön aus Deswegen mein Plan Folgender Wir streamen das Spiel komplett durch Und der neue Content am Ende mit Magulor Der hat mich ja sowieso interessiert Der kommt dann ganz entspannt und ganz normal als Let's Play Folgen online Wir werden jetzt hier aber auch keine 100% forcieren Es kann sein, dass ich sie trotzdem mache Ihr wisst ja, ich bin so jemand, der auch sehr gerne spontane Entscheidungen trifft Oder mich von euch hier beeinflussen lässt Ja, also wenn ihr jetzt 10.000 Likes raus habt, Spaß Ähm Ne, wir gucken einfach mal, ne Wir versuchen ein bisschen Spaß zu haben Pro Stream eine Welt Und dann wird das schon passen, denke ich Ja, legen wir los Datei 1 Abfahrt Online-Verbindung herstellen Dadurch kannst du deine Spielinformationen für Spiele auf der ganzen Welt sichtbar machen Will man das? Na gut, ich will Fame, also, ja What? Digga, sowas habe ich bei Nintendo ja noch nie gesehen Vor allem DSGVO, wo sind wir denn jetzt hier? Du kannst deine Einwilligung jederzeit wieder rufen, indem du die Spieloptionen aufrufst Samurai Kirby 100 öffnest oder mit dem Direktor Magulor sprichst und dort die Online-Einstellungen änderst Bitte beachte, dass durch den Widerruf nicht die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung auf Grundlage der Einwilligung vor dem Widerruf beeinträchtigt wird Ja, moin Habt ihr sowas schon jemals in einem Nintendo-Game gesehen? Sind sie wahrscheinlich zu gezwungen worden Naja, gut Ich willige ein Nintendo Ich ergebe mich Die Online-Funktionen wurden aktiviert Deine Spielinformationen sind nun für Spiele auf der ganzen Welt sichtbar Geil Bitte vorlesen Zum Glück war das nur eine Seite Ich dachte erst, jetzt kommen wieder neun Seiten, wo man durchscrollen muss, die man natürlich alle durchliest Aber, ne, zum Glück nur einmal, ja, ja, ist okay und gut Sobald du im weiteren Verlauf des Spiels das lustige Magulor freigeschaltet hast Das ist neu, das sind tolle Minispiele, die haben mich auch überzeugt Also die, die man in der Demo spielen konnte halt Da hab ich Bock drauf Kannst du dort deine Spielinformationen teilen oder dich mit anderen Spielern auf der ganzen Welt messen? Ich werde der Beste sein Okay Dann los mit dem Hauptmodus Und der Story Ich werde der Beste sein 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bei Mario auch nicht anders. Aber Alter, diese Umrandungen um die Items, um die Charaktere, um die Gegner, das ist so ugly. Warum macht man das? Warum zur Hölle? Hier, der Vordergrund sieht ja schön aus. Guckt euch das mal an. Die Bodentextur mit dem Wasser. Oh ja, ich sehe das sehr gut aus. Warum ist der Rest so ugly? Ja, damn it. Ja, ihr dürft mir gerne sagen, wenn ich auffassen soll, also wenn jetzt gleich so ein Zahnrad kommt. Und ich glaube, die waren größtenteils gar nicht so heftig versteckt. Oh, ich habe auch so ein Schwertlaser. Die waren nicht so schwer versteckt und sie sind auch rein optional, oder? Bringt das irgendwas für die Story? Ich glaube nicht. Ich werde versuchen, alle zu sammeln, aber ich glaube nicht, dass es mir gelingen wird. Und ich habe halt dann auch keinen Bock, das Level nochmal zu spielen. Wir wollen einfach die Hauptstory nochmal ganz casual durchspielen, ja. Weil es gibt schon ein 100%-Lettsplay von mir. Natürlich nicht so schön scharf wie hier auf der Switch. Aber man muss es jetzt nicht nochmal durchkauen, finde ich. Ich persönlich finde das Remake auch eher unnötig. Aber ich freue mich auf den neuen Codid am Ende. Auf den habe ich richtig Bock. Und da haben wir das erste Zauberzahnrad. Liegen überall verstreut. Versuche alles zu finden. Mache ich. Juvian, vielen, vielen Dank für 5 Münzen Support. Musst du da arbeiten, aber werde es heute Nacht nachschauen. Viel Spaß im Stream. Kein Ding. Wir sind auf YouTube. Bleibt alles online. Du kennst das ja. Bist ja schon lange genug dabei. Power können wir auch jederzeit ablegen. Wir haben aber keinen Bock mehr drauf. Kann Vorteile haben, wie hier gesehen. Na, kommst du da rauf? Auch die Höhle im Hintergrund. Sieht echt cool aus. Ich meine, es ist halt wirklich 2D. Beziehungsweise, ja doch, es ist schon 2,5D. Aber ich meine es jetzt eher, alles was im Hintergrund ist, ist halt eine Tapete. Also du siehst da jetzt keine. Aber doch ein bisschen schon. Die Säule der Rechts ist ein bisschen mehr im Vordergrund als der Rest. Ja gut, wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man da schon verschiedene Ebenen. Aber es ist jetzt nicht so aufwendig, wie es hätte sein können. Muss man sagen. Doch, man kann damit nur die neuen Challenges spielen. Was meinst du mit Challenges? Das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Hintergründe von Kirby sind gut. Jo. Die höhere Auflösung spürt man schon. Ein riesen Gimmick des Spiels sind diese Superverwandlungen, bei denen man einfach nur maßlos overpowered ist. Aber da gibt es ja immer irgendwas. Dieser Supersauger aus Kirby Triple Deluxe müsste es gewesen sein. Oder auch diese Roboter-Fähigkeiten. Boah, das Fleischermesser. Holy Christ. Da gab es schon immer was. Kirby übertreibt auch gerne mal. So, was war jetzt aber gemeint mit neuen Challenges? Dafür braucht man dann die... Zahnräder? Apropos Challenges. Es gibt auch immer mal wieder solche Zwischendimensionen. Da gibt es immer Zahnräder zu holen. Wir müssen schneller sein als diese Dimensionswand. Was ich leider falsch gesagt habe in der Demo-Version. Ihr dürft die durchaus berühren. Guck mal. Ich hatte das Erinnerung, dass man da stirbt. Ist aber falsch. Man wird einfach nur zerpresst. Aber wenn man die berührt, ist es noch nicht vorbei. Man kann immer noch überleben. Aber gut. Dafür ist ja eine Demo da. Ein Spiel kennenlernen. Ich weiß nicht. Ich glaube, in einem anderen Kirby war es anders. Deswegen habe ich es verwechselt. Jedenfalls verreckt man da noch nicht sofort. Einmal den Raum schaffen, dann gibt es noch einen Mini-Boss. Ich glaube, das ist jedes Mal so. Lass mal Feuerfähigkeit nehmen. Die hat er jetzt noch nicht. Ah ja, und erinnert mich auch, jedes Mal hier den Screen zu zeigen. Ich finde, das ist schon wichtig. Jetzt wird's heiß. Spucke Flammen, entzünde Lunden und heize mit Kletterbrand und der Geheimtechnik Feuersbrunst gegnern ein. Jede Fähigkeit hat einen Raum, wo du rein kannst. Dafür benötigst du die Zahnräder. Ach so, das ist dann aber eher so ein Trainingsraum, oder? Also halt ein, ja, nettes Goodie obendrauf, aber jetzt nichts absolut mega relevantes. Die Fähigkeiten unterscheiden sich auch. Also ist es jetzt nicht so, als ist es immer dasselbe Schema. Es gibt auch mal Attacken, die nur die eine Fähigkeit drauf hat oder auch gewisse Kombos. Haben wir jetzt hier nicht, aber gewisse Kombos, wo du mehrere Knöpfe gleichzeitig drücken musst. Werden wir dann schon sehen. Bei der Kämpferfähigkeit zum Beispiel ist es so, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob die in dem Spiel überhaupt vorkommt. Kommen ja auch nicht immer alle Fähigkeiten in jedem Kirby Game vor. Und es gibt wohl sogar neue. Das war ja auch so eine Sache in der Demo-Version. Ich habe mich überhaupt nicht erinnern können an diese Sandfähigkeit. Da habt ihr dann geschrieben, jo, die ist tatsächlich neu. Krass. Also das finde ich gut. Neue Fähigkeiten, da bin ich immer dabei. Schön. Schmeckt. Noch mehr da, du Dully. Die Attacke ist auch stark. Diese Verfolgungsattacke ist super stark. Das sind aber Challenge-Räume. Achso, ist es dann doch kein Trainingsraum? Hä, es ist neu? Weil daran kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. Es gibt auch eine Mod, die die Umrandungen weg macht. Ja, habe ich gesehen. Finde ich auch gut. Aber du weißt, das darf ich nicht zeigen. An sich schon, aber dann heulen wieder welche in Frankfurt. Oder eher, eher, eher in Japan. In Japan. Ne, aber ich zeige die Spiele in einem normalen LP- oder Stream-Projekt schon gerne so, wie sie sind. Gerade zu Release maße ich mir das jetzt nicht an, irgendwelche Mods draufzuladen. Aber ja, es gibt eine. Ich habe es gesehen. Die sieht echt gut aus. Muss man schon sagen. Doch, die Challenges gab es auch auf der Wii. Dann muss ich nach dem Stream vielleicht noch in mein altes LP reingucken. Ich kann mich nicht daran erinnern. Kirby setzt Flammenblitz ein. Ja, true. Frankfurt ist gleich Japan. Ne, ne. Es ist ja nicht so, dass die von Nintendo Deutschland das alles auch so fühlen, wie es Japan vorgibt. Aber sie müssen es halt umsetzen. Und wenn Japan sagt, diese YouTuber, die mit ihren Mods und Fenix, also das möchten wir nicht. Jetzt müssen die Kontakt mit denen sofort abbrechen. Dann müssen die das halt machen. Da gibt es dann keine Widerrede. Dwayne next in. Vielen lieben Dank für deine Mitgliedschaft. Und deadrandom Mose, auch vielen, vielen Dank für großzügige 20 Münzen. Ein kleiner Dank dafür, dass du MK7 zurückgebracht hast. Mach weiter so. Freut mich, dass dir das letztlich zusagt. Mark hat 7 4K. Ja, das ist auch so ein Thema, ne. Das glaube ich, haben die Japaner jetzt nicht so gefühlt. Aber lass uns nicht drüber reden. Freut mich auf jeden Fall, dass es dir gefällt. Neue Fähigkeit. Ein traumhafter Laubtanzmesser, scharfer Blätter. Drück LR zum Blocken und weg bist du. Man kann ja an sich blocken, aber hier gibt es jetzt nochmal ein verbessertes Blocken. Du wirst unsichtbar. Krass. Du kannst ja die Challenge-Räume für die neuen Fähigkeiten spielen. Kann man sich aussuchen, welche man freischaltet? Dann wäre das durchaus eine Idee. Eine geniale sogar. Weil dann muss ich nicht alle Zahnräder holen und kann einfach nur die, die ich habe, in den neuen Content investieren, der mich ja auch interessiert. Nintendo ist wirklich merkwürdig. Ja, schon. Also Laubangriff, Laubwirbel, Laubstreuen. Okay, also behalten lohnt sich hier. Ein Laubregen. Erstmal kurz ausprobieren. Das ist der Wirbel. Was muss ich dann noch machen? Ich vergesse das auch meistens, wenn sie los. Achso, in der Luft. Während Laubhaufen RL loslassen. Ja gut. Einziges Problem bei dem Laubhaufen ist, dass man nicht diesen seitlichen Dash hat. Den Dodge. Also ich kann mich jetzt nicht bewegen. Ich bleibe an Ort und Stelle. Eigentlich fühle ich das schon. Wenn man zur Seite ausweichen kann. Aber ich glaube, dafür ist das Laubschild unzerbrechlich. Oder kann es sein? Weil du nimmst ja normalerweise auch beim Blocken ein bisschen Damage. Aber ich glaube, beim Laubhaufen ist es nicht so. Wirst du die Hellräume zeigen? Habe ich vor, ja. Muss aber selber nochmal... Also da muss ich mich spoilern, wo die sind. Den einen, den weiß ich ja. Den habe ich auch in der Demo gezeigt. Der ist... Warte, war das jetzt in dem Level oder in Welt 2? Ja, im Laubhaufen bist du unsterblich, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Dafür macht der Laubhaufen auch Schaden, wenn du ihn auflöst. Und du bist komplett unverwundbar. Ah ja. Okay, siehst du, da haben wir doch die Unterschiede und die Vor- und Nachteile. Nee, der Level haben wir, glaube ich, in der Demo gar nicht gesehen. Dann war das in Welt 2. Ja, ja, true. Hä, was ist das denn da unten? Diese gestrichelte Linie, die ist doch auch neu, oder? Ich meine, die soll man ja offensichtlich sagen, dass ich da unten sterbe, aber, äh, soweit sollte man eigentlich auch selber denken können. Wie auch immer. Gibt es in Welt 1 einen Hellraum? Ich frage es jetzt mal so ganz konkret. Durchtrenne Seile mit gezielten Bumerangwürfen. Ziele nach oben oder unten. Oder lade einen mächtigen Hyper-Bumerang auf. Geiler Name. Ich habe es auch immer ganz viel ausprobieren. Ich meine, du hast ja da die Liste der Moves, aber es schadet nicht, auch einfach aktiv Sachen auszuprobieren. Das war schön. Einfach das Spinnennetz abgeschnitten. Rip. Ja, immer so ein bisschen nach oben werfen, das lohnt sich auf jeden Fall. Die gestrichelte Linie ist tatsächlich nicht neu. Krass. Hat Nintendo die Zusammenarbeit mit dir eigentlich wieder aufgenommen, oder nicht? Nein, natürlich nicht. Das wird auch, denke ich, nicht mehr geschehen, bis es nicht einen signifikanten Wechsel in der Führungsetage gibt und eine andere Einstellung. Das. Also damit habe ich abgeschlossen. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier oben noch irgendwo was versteckt sein könnte, weil wir haben bis jetzt noch kein Zahnrad. Das ist irgendwie sus. Fünks Fia. Vielen lieben Dank für deine Mitgliedschaft. Herzlich willkommen. Hey, was denn das? Ah, stimmt. Ich kann mich so ein bisschen erinnern. Das ist auch broken. Ich glaube, man muss damit aber schnell sein, weil es manchmal am Ende noch so, ja, ne, da gibt es noch was, was du halt nur mit dieser Kanone erreichen kannst. Und die, die funktioniert nicht, nicht ewig, oder? Oder doch? Nein. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ja, ja. Also immer, wenn so ein Ding am Start ist, musst du aufpassen. Da ist meistens ein Zahnrad mit dem Spiel. Hammer macht brutal Schaden. Ja, Hammer ist auch eine der besten Fähigkeiten, die es gibt. Und hier haben wir den Igel. Den habe ich immer nicht so krass gefühlt, weil der baut sehr auf Shielden. Also, da gehört eigentlich noch ein N hin, würde ich sagen. Aber egal. Hast du Bekannte, die mit Nintendo noch zusammenarbeiten? Ja, aber nur sehr wenige. Also, die haben sich mittlerweile von fast jedem getrennt. Siehste, die haben auch gar nicht so viele Moves für den Igel eingebaut. Oh, aber das, das ist geil. Das weiß ich noch. Das fühle ich. Und die Stachelrolle. Joa. Auch ganz nice. Aber für einen Bosskampf, glaube ich, musst du eigentlich B-Spanmen, oder? Gibt es da irgendwas Besseres für? Denke nicht. Oh, wait. Da ist doch ein Secret. Ah, da ist sogar ein Unverwundbarkeits-Lolly. Schnell! Jetzt weiß ich nicht, ist der auch noch für irgendein Zahnrad da oder nur für den Flex? Oh, ich glaube, wir können den Zwischenboss von hitten. Komm her, spawn! Spawn! Hallo! Okay, von hitten nicht, aber massiv damage'n. Hahaha! Keine Sorge, den werden wir auch an anderer Stelle wiedersehen. Diese Zwischenbosse, die kommen häufiger vor. Aber hier hatten wir jetzt tatsächlich eine Möglichkeit, ihn easy und schnell auszuschalten. Das nehme ich natürlich gerne an. Ich hab's ja schon gedacht, dass in dem vorherigen Raum noch irgendwo was war. Und schon sind wir mit den 100% gescheitert, Guys! LOL! Weil bei der Tür, da war rechts noch was. Ich hab überlegt, soll ich jetzt nach rechts gehen oder soll ich die Tür? Man kommt nicht mehr zurück, ne? Ah! Hahaha! Tja, live kannst du nicht schneiden. Daher... RIP! Ja, moin! Das ging schnell! Bei Magulor wird dann wieder alles 100% sein, aber Main Game ganz casual, ganz entspannt durchspielen. Und vorbei! Ja, haha! In dem Raum oben rechts war's. Aber jetzt nicht da, wo der Lolli war, oder? Weil einen Raum oben rechts hab ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Das lustige Maguland ist eröffnet! Magulor hat auf einem fährenen Planeten einen Vergnügungspark mit allerlei Attraktionen und Souvenir ist eröffnet! Drück zum Besuchen X! Ja, würde ich mal sagen, machen wir immer pro Welt vor dem Boss. Kannst du nach dem Level mal in die Optionen gehen? Äh... Weiß ich jetzt nicht warum, aber klar, warum nicht? Warte, gibt's überhaupt Optionen? Ich seh hier nur einzelne Menüpunkte für Controller etc. Hä? Achso, das ist einfach nur ein Resync. Well. Ja, mehr gibt's nicht, Bro. Ich hoffe, ich kann die Zahnräder investieren, worein ich sie investieren will. Dann ist es mit den 100% gar nicht so schlimm. Also, braucht die nicht. Hm. Beim Modus Auswahl gab's ein Tab, wo Optionen stand. Meins im Hauptmenü? Ja, aber da geh ich jetzt nicht mehr hin. Aber was ist das denn bitte für ein rierter Shit, dass du in-game einfach die Optionen nicht aufrufen kannst? Das hab ich ja noch nie erlebt. Lass die Funken sprühen! Bewege rasch den Control-Stick und erzeuge Elektro-Barrieren. Setze Gegner mit Blitzschlägen unter Störerum. Ah, die Elektro-Fähigkeit. Da kann ich mich jetzt nicht mehr so sehr erinnern. Ah, wobei doch, die konntest du auch aufladen und damit war man dann auch broken und hatte so ein mobiles Schild, ne? War das so? Meine ja. Ne, das nicht. konnte man das nicht auch irgendwie anders aufladen, dass das dann so dauerhaft war? Und dann konntest du damit rumlaufen? Wechsle ich das gerade? den Stern wollte ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Kanonchen können leider nicht besiegt werden. Oh, hier, tricky. Schütteln? Oh, what? Gibt's da gar kein Knopf für? Und was ist, wenn man, wenn man ohne, ohne Motion spielt? Und dann hat man noch so ein Ulti-Loof. Ja, der ist broken. Aber auch mit dem Schild generell rumzulaufen, ist mit Elektro-Fähigkeit ein Muss. Das ist so geil. Aber auch teilweise so lächerlich, dass es so stark ist. Okay, also bei Blöcken geht's nicht, die gehen nicht kaputt. Gegner kann ich aber fast alle abwehren. Das ist so lächerlich. Dann Control-Stick in die Richtung Spammen. Hä, was? Ah! Also nach oben am besten. Ja gut. In dem Fall ist Motion-Steuerung echt angenehmer. Vor allem, das kannst du halt während dem Laufen nebenbei machen. Das sieht halt in der Felsk ein bisschen so aus, als würde ich immer hin und wieder ein bisschen schlackern. Aber, nee. Gerade bin ich gesättigt. Wenn du nicht mehr mit Antenne zusammenarbeitest, warum hast du das Spiel dann so früh? Weil ich mit Märkten zusammenarbeite. und generell halt über die Jahre ein paar Kontakte habe. Aber ich kaufe das so wie ihr auch. Ganz normal. Wir brauchen einen Schlüssel! Wo ist der? Vor allem, mit dem kann man doch nicht fliegen. Oha! Jetzt ein falscher Sprung und das war's, Leute. Überleg gerade. Ist es nicht klüger, die Kanone erst mal zu beseitigen? Ich wollte es erst mal lassen, wegen diesen Platt, wegen den Sternblöcken, aber, nee. Oh, weg den Scheiß. Ich kriege die Kanone ja eh nicht darunter. Alright. Hier gibt es auch die Beam-Fähigkeit. Ja, vorhin beim Lollipop habe ich einen Gegner gesehen, aber den musste ich halt wegdäschen. Werden wir sicherlich bald sehen. Ey, jetzt habe ich es aber nicht mitbekommen. Gibt es in Welt 1 einen Hellroom oder nicht? Boah, ich hatte gerade Angst, dass ich es nicht hätte machen dürfen. Weil es kann ja sein, dass da gerade ein Zahnrad lag und das ist runtergefallen. Hehe. Vielleicht war es auch so. Mal sehen. Shit. Timo Kuczarski, vielen lieben Dank dir auch für die Supporter-Mitgliedschaft. Oh, shit. Du müsstest schneller sein als der Bruder. Lass mich durch, du Keck. Jetzt ist der Schild Gold wert. Einfach durchspazieren. Ja, moin. Er ist Deutsche Bahn, ich bin Porsche. Haha. Digga, kommst du jetzt mal? Bam. Ey, wieso lebt der noch? Piss dich, Mann. Ehre. In 1-3 haben wir es wieder geschafft. Diese Attacke, die erinnert mich so krass an Pikachu und Pichu aus Smash Bros. Da konntest du ja auch den Donner einfach überall durchballern. So, schaffen wir es jetzt auch mal nach ganz oben? Hä? Warum ist das so schwer geworden? Ich komme nicht mehr nach oben. Ich checke nicht, wie das Timing ist. Ich drücke doch eigentlich immer am untersten Punkt. Was wollen die denn noch von mir? Dom Fennarts, Kuss für kranke 24 Münzen Support. Vielen, vielen Dank. Kirby Herz, bin noch am Mario Kart Fennart dran. Hier eine kleine Doni und ein schönes Wochenende. Ja, kein Stress, lasst ihr Zeit. Ich werde ja auch nicht morgen schon fertig sein. Eine Welt pro Stream, wie gesagt. Kann aber sein, dass es auch mal zwei Streams pro Tag gibt, weil die Welten sind ja nicht so groß. Stage 4. Stimmt, sind es nicht sogar immer fünf Level, also vier Normale und ein Boss? Ich glaube, ja. Die Party Power? Was war denn jetzt Party Power? Ich weiß, welchen Gegner du meinst, den habe ich weggeballert, aber ich konnte mich gar nicht daran erinnern, dass es ja eine Power gibt. Party? Ist das so ähnlich wie Popstar? Oh damn. Ja, aber auch das werden wir nicht zum letzten Mal gesehen haben. Ach, halt! Hier ist... Genau, hier ist der Hellraum, ne? Stimmt. Ja, 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 ja. Dieses Level war noch in der Demo verfügbar und den Hellraum habe ich auch gezeigt in der Demo. Ich dachte nur gerade, das wäre ein Auszug aus Welt 2 gewesen. Hä? Was ist denn das hier? Ach, du konntest da durchspazieren, ne? Stimmt. Hm. Genau. Aufpassen. Jetzt sehen wir gleich offiziell den Hellraum. Und für die anderen werde ich mich mal spoilern lassen, damit ich da Bescheid weiß und nicht irgendwie völlig lost dran vorbeilaufe. Ich... Wenn... Wenn man bis zur Tür gegangen ist und hier sind die ganzen, äh... Äh... Fels-Formationen umgefallen, dann bricht auch das hier ein und man kommt hier hinein. Erstmal den Remix genießen. Welche Fähigkeit soll ich nehmen, guys? Ah, das ist die neue Sandfähigkeit. Ja, aber die sehen wir später noch. Dann Kämpfer. Der ist auch so krass. Stimmt. K-A-M-I-L-H-E-L-H-A-R! Oh, der ist so geil. Und Michael Jackson ist da auch noch. Ja, und Hammer ist natürlich der Klassiker, ne? Auch ein Banger. Hä, was? Digga, seit wann gibt es Raids auf YouTube? Erd Mano, danke für den Raid. Aber what the fuck? Noch nie erlebt. Ich schaue die Shorts von dem Bray ab und zu mal an. Macht ganz gute. Außer der eine, wo er mich in dem Ranking glaube ich nur auf B hat oder so. Da gibt es dann noch einen Daumen runter später. Okay, also ich bleibe bei Hammer. Die meisten haben Hammer geschrieben. Wobei, warte, hier sind ja noch mehr, alter. War das so Indianermäßig? Ja, ne? Okay. Was? Digga, was? Ist das so der Vorbote von Planet Robobot? Alter. Daran kann ich mich auch nicht erinnern, aber es wirkt ebenfalls asozial broken. Wobei, warte, ist das neu? Ist die neu? Holy shit. Und der Ninja. Wollen wir mal auf den wechseln? Ich fühle den sehr. Geh mal in die Settings hier rein. Mechanisch gewappnet und bereit zur Attacke. Deine Arme, deine Kanone und deine Aufladeangriffe setzen Gegnern übel zu. Jo, den habe ich gesehen. Die ist tatsächlich neu. Ah, ja. Der Mekka ist ja krass. Oh mein Gott. Es gibt noch einen aufladbaren Blaster. Maxi Aufladespeicher. B, super lang halten. Das ist auch so eine geile Beschreibung, oder? Super lange halten. Dann A oder LR. Oha. Krass. Das ist eine Fähigkeit, die ist super vielschichtig offensichtlich. Oh mein Gott. Ja, moin. Einfach halber Smash-Kämpfer. Okay. Ich glaube, ich habe eine neue Lieblingsfähigkeit. Übelst krass. Bitte, ich will die in künftigen Kirby Games auch haben. Ja, was bist du denn gut für den Arsch? Und was war das nochmal? Aufladen und dann A? Achso. Dann habe ich das Visa muss mit ihrem Charge Beam in Smash dauerhaft aufgeladen und kann es einsetzen, wann ich will. Aber jetzt erstmal Turbo Boost. Wir haben wieder einen Lolli. Oh guys. Es gibt hier einfach vier Zahnräder. Ich werde die niemals alle bekommen. Ja, und wie schnell der auch einfach ist. Normalerweise bist du mit Kirby ja ein bisschen langsam, wenn du so fliegst. Aber der speedet da einfach durch, als wäre das nix. Was habe ich gerade eigentlich gefunden? Was war das für ein Ticket? Hä? Und kein Zahnrad? Habe ich schon wieder eins übersehen oder was? Wofür war das Ticket, Alter? Der ist ein Elite-Kämpfer. Save. Oh, jetzt würde mich interessieren, ob die Details von diesem Erdboden auf der Wii-Version auch schon da waren. Guck mal, hier so Fossilien und so alte Fischgeräten. Finde ich cool. Wurzeln. Ist das die Party-Fähigkeit? Ah, damn it. Dann müssen wir wechseln. Hä? Oh fuck. Das ist ein Schild. Ah ja. Okay, macht auch Schaden. Jetzt weiß ich nicht, ob man das für ein Zahnrad braucht. Ich befürchte aber ja. Ich bin halt jetzt echt langsam. Weil ich erst nicht wusste, was mich erwartet. Ach so, da ist noch eins? Ja, dann wechseln wir. Zwei Jahre Garantie abgelaufen. Eine Woche vorher noch schnell RMA und ein neues Produkt bekommen. Kappa. Ah, shit. Ist fürs lustige Margo-Land. Oh, ja, könnte sein. Stimmt, dass man dann so die Minispiele freischaltet, maybe. Ja, damn. Dann müssen wir die Tickets auf jeden Fall sammeln. Da gibt es keine Ausreden für. Die brauchen wir. Und tatsächlich, zweites Zahnrad. Wir haben noch nichts verpasst. Erd-Mannu hat erst jetzt abonniert. Ja, der kennt mich schon länger, aber... Zwischen so ich, glaube ich, weg gewesen. Aber kann man ja machen, wenn man will. Hauptsache, er ist wieder da. Oh, es gibt wieder eine Broken-Fähigkeit. Ja, dann her damit. Erstmal den ganzen Wald abfackeln. Ist das wirklich so eine gute Idee, Kirby? Meinst du? Mit dem Dragon Ball Drachen. Alles klar. Weck der, du Knecht. Kann man sie eigentlich wirklich unendlich oft benutzen? Ja, doch. Ich glaube, diese Anzeige, die leert sich durch Einsatz nicht schneller. Es ist eher zeitgebunden. Okay. Garantie ist weg. Das sollte die Bienenkönigin auch in MK7 machen. Sie muss weg. Ist halt der weirdeste Chart, den es jemals in Mario Kart gab. Ja, wobei, offizielle Mario Kart auf Konsolen veröffentlicht. Auf Mobile gab es auch richtig viele Trash-Charaktere. Also in MK2 meine ich. Der Drache ist richtig geil. Ja, aber was wir hier gerade dem Klima antun, ist schon ein Bild. Äh, die Fähigkeit ist weg. Vor allem mein Mekka ist auch... Ach, Mann. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Ich bin Blanko-Kirby. Stimmt, gibt es eigentlich einen offiziellen Begriff dafür, aber ich finde Blanko-Kirby, ehrlich gesagt, klingt ganz geil. Das können wir mal beibehalten. Yeah, das war klug. Das war klug. Piss dich. Oh, Vorsicht hier, äh, den Hasen machen. Achso, es fällt ja gar nicht runter. Ich dachte, es fällt runter, wenn ich die Blöcke zerstöre. Man verliert die Fähigkeit immer. Hm, belastend. Ja gut, würde sagen, die Sache ist hier klar. Wir nehmen die Elektrofähigkeit. Weil die halt einfach geil ist. Aber bei Bossen muss man halt jetzt hier das aufgeladene spammen. Also das Schild alleine reicht da jetzt nicht aus. Macht aber genug Damage, wie man sieht. Der hat sowas schon keine Chance. Komm, geh nach Hause. Wie ist das Game bei der Community angekommen? Welches? Also, das hier ist Part 1. Ich weiß es nicht. Sehe ich erst, äh, in den nächsten Tagen. Stand jetzt haben wir aber 1200 Likes. Ist ja schon mal ganz nett. Mal gucken, ne? Ich hoffe, bei Magolor sind dann alle dabei, weil das ist neu. Da bin ich auch ein bisschen Hype drauf. Das klang schon ziemlich cool. So von wegen, der kann gar nichts mehr. Der muss seine Fähigkeiten wieder freischalten, sein Leben retten. Wieder nur zwei. Ich kapier's nicht, Mann. Das ist doch Betrug. Juhuuu. Lieber Moonlight Soul, danke fürs Verschenken einer Mitgliedschaft. Und Anita Vorrat hat auch fünf verschenkt. Ich versuche mal herauszufinden, an wen. Moonlight an Magic Pikachu. 200, danke dir. Bakobu war noch dazwischen mit einer Münze Donation. Danke dir. Und was will der jetzt hier? Tolles für Stempeltickets. Stempeltickets. Stempeltickets können im lustigen Magoland gegen Stempel eingetauscht werden. Sammle Stempel, um tolle Souvenirartikel zu erhalten. Ach, dann ist das dafür zuständig, aber nicht für die Minigames. Okay. Das inkludiert aber auch die Skins, oder? Komm, wir gehen mal rüber, aber jetzt sind wir eh schon beim Boss. Wait, ich habe zwei Tickets? Wann habe ich denn das erste aufgesammelt? Bruder, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich war der, der Flappy Domtendo gemacht hat. Das weiß ich, ja, ja. Weiß ich. Wie komme ich denn jetzt zum lustigen Magoland? In der Demo war hier noch so ein Dude, der einen da hingeführt hat. So ganz creepy-mäßig. Candy, Candy. Komm mit, Candy, Candy. Muss ich jetzt echt ins Hauptmenü? Ach nein, warte, X. Typischer Domtendo-Moment. Dies ist eine Geschichte aus einer anderen Welt zu einer anderen Zeit. Sie handelt von dem reisenden Magolor, der für seine Freunde einen Vergnügungspark baute. Ehrenmann. An diesem gar fröhlichen Ort konnten vier Freunde gemeinsam Attraktionen genießen und Souvenirs sammeln. Ein Park voller Spannung, in dem Träume wahr wurden. Man nannte ihn Magoland. Oder einfach Neverland Ranch. Okay. Hey Kirby. Willkommen im lustigen Magoland. Die erwarten dich jede Menge Attraktionen in Form verschiedener Minispiele. Ich habe mir sogar eine extra spannende Stempel-Rallye ausgedacht. Die benötigten Stempel kannst du dir verdienen, indem du Attraktionen spielst. Aber das ist noch längst nicht alles. Zur feierlichen Eröffnung des Magulans sollst du ein Andenken in Form eines kleinen Souvenirs erhalten. Die Waddle-Dee-Maske und Rick und noch ein Energy-Drink. Im Souvenirladen auf dem Eingangsplatz verwalten wir all deine gesammelten Souvenirs für dich. Schau bei Gelegenheit ruhig einmal vorbei, okay? Und nun, husch, husch, geh und hab viel Spaß mit unseren Attraktionen. Ja, irre. Okay. Kann ich mir schon Skins kaufen eigentlich? So. Anita hat gegiftet an Samtendo, Catgirl, Cindy Schneider, Asmendo Gaming und Adam Enachiri. Dann haben wir noch Green Flash hier und Sandra hat auch fünf Giftsabs rausgehauen. Viel lieben Dank dafür. Dann ist der Fun-Park also non-Kanon. Ja, ich glaube, das ist einfach so ein anderes Universum halt. Danke, Sandra. Ging raus an, äh, Shiggy macht Urlaub, Xavier, Justice Land und der Opige. Und einer wird mir anscheinend nicht angezeigt. Don't know why, aber ich bin sicher, er freut sich auch. Oder sie. Willkommen im Souvenirladen. Hier verwalten wir all deine Kostümmasken und Souvenirartikel. Du kannst Souvenirs übrigens in Stages mitnehmen. Vorausgesetzt, du hast zuvor einen Souvenirartikel ausgewählt, den du dort einsetzen möchtest. In diesem Sinne, was kriege ich denn ein schönes anbieten? Ja, äh, eigentlich nur die zwei, die wir schon freigeschaltet haben, oder? So, nein. Ich dachte, ich werde jetzt faceless, Kirby. Nein. Gib her. Nehmen wir... Erstmal ihn hier. Waddley. Waddley. Danke für deinen Besuch. Falls du deine Maske abnehmen möchtest, drücke den rechten Stick, um die Maske wieder aufzusetzen. Drücke es erneut. Jo, und dann haben wir hier halt noch die Möglichkeit, uns zu heilen und so, ne? Mit den Souvenirs. Ist aber, glaube ich, jetzt echt nichts... Relevantes. Ach, das kann man auch mitnehmen. Ach, krass. Okay. Alright. Und die Minispiele sind alle von Anfang an verfügbar? Oha. Wie viele sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Alles klar. Soweit ich mich erinnern kann, hat das Spiel so sieben, acht Welten. Na ja, müssen wir ab und zu mal eine Sonderschicht einsetzen. Ich würde sagen, wir machen jetzt aber heute nur ein Minispiel und zwar Eider-Dotte. Was ist das denn? Drücke A, um Körbys Mund weit zu öffnen. Ah, ich sehe schon. Eier essen, Bomben nicht. Oh je. Jetzt wird es turbulent. Sowohl Eier als auch Bomben werden dir zugeworfen. Versuche so viele Eier wie möglich zu fangen, aber verschluck dabei auf keinen Fall Bomben. Ich finde das sieben Welten. Okay. Ja, müssen wir gegen Ende mal zwei Minispiele pro Part machen. Ist ja nicht so schlimm. Oh, schönes Easter Egg. Das hier ist die Final Boss Stage von Körbys Dreamland, also dem allerersten Körby. Hier hat man gegen König Giddiddi gekämpft. Da ist auch deswegen ein Bild im Hintergrund. Geiles Easter Egg. Das erste Körbys Dreamland habe ich ja auch vor kurzem in einem Video komplett durchgespielt. Könnt ihr euch auch auf dem Kanal anschauen. Körbys Dreamland, Domtando, Full Game. Ist halt auch nicht lang. Oh, jetzt schlüpfen sogar die Küken. Weil es in Körbys Körper so extrem warm ist wahrscheinlich. Warte, das sind aber jetzt nicht so viele Eier, wie er eingesaugt hat. Körby? Hast du etwa ein paar von ihnen gegessen? What the hell? Sheesh. Ja, wir schauen natürlich auch noch in die anderen Schwierigkeitsberater rein. Ist ja klar. Das Minigame an sich ist auch eine Retro-Referenz. Echt? Aber jetzt nicht an den... Oh, fuck. Man darf keinen Fehler machen, oder was? High Score 2. Lol, der hat mich direkt am Anfang hops genommen. Okay, also jetzt wird es schon schwierig. Ja, lieber mal ein Ei nicht pressen, statt eine Bombe. Wow, wie schnell hat der bitte gerade die Bombe geschmissen, Alter? Oh my God. Körby ist nicht vegan. Oh je. Körby, jetzt wirst du gecancelt. Das war's. Rip, nie wieder ein neues Game. Ich hoffe, du hast genug Geld angesammelt. Karriere vorbei. Ich glaube, jetzt wird's richtig asozial. Niklas, Kuss für zwei Münzen. Anlehnung an Körbys Adventure NES. Das habe ich noch nicht gespielt. Kenne ich daher nicht. Guck dir die Missionen für die Minispiele an. Oh yeah. Die übertreiben sie dann komplett, oder? Spiel diese Attraktionen, während du König Dedys Kostümmaske trägst. Fang auf Level 2. In einem einzigen Spiel mindestens 15 Eier hintereinander. Das habe ich nicht geschafft. Oh. Oh my God. Oh my God. Okay. Fuck. Vergesst die 100% aus dem Hauptgame. Das ist... Gornix. Die wahre Challenge besteht darin, hier alle 100 Missionen zu lösen. Na, viel Spaß. Das wird hart. Anita Furat. Vielen Dank für 25 Monate. Sub. Und nochmal... Nochmal? Echt jetzt? Nochmal fünf verschenkte Mitgliedschaften. What the hell? An Shimux, Faultier, Smashobo, BTXBlaster, Darbuin und SoccerBro. Vielen lieben Dank. Also wirklich, freut mich sehr. Danke dir, dass es dir gefällt. Und dass du einen Support an lässt. Freut mich sehr. Cous, 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 cous. Dankeschön. Einfach Late-Game-Hard-Content. Ja, also ohne Scheiß. Da sind echt einige harte Missionen dabei. Wenn ihr alle 100 gelöst habt, dann seid ihr King. Wie oft werde ich jetzt wohl drauf gehen? Ich würde mal sagen, fünfmal. Bisher bin ich aber besser als bei... Level 2. Die Drecksau. Die Drecksau. Die haut irgendwann so richtig schnelle Bomben raus. Du, ey, ey. Elendiger. Zählt das trotzdem, was ich jetzt das Abzeichen bekomme? Oder muss man das Level geschafft haben? Weil ich habe gerade, ja, 15 Eier hintereinander gegessen. Aber ich glaube, du musst das Level schaffen dabei. Boah, ist das fies, Alter. Gott, verdammt. Du Arschloch! Das gibt es doch nicht. Er schmeißt eine schnelle Bombe, ein Ei und dann nochmal eine schnelle Bombe. Willst du mich eigentlich verarschen? Das schaut bestimmt im Video super einfach aus, aber... Ach! Spielt es selber, um hops genommen zu werden. Ja, jetzt bin ich wahrscheinlich super schlecht. Komm gar nicht mehr rein. Das gibt es doch nicht. Ich habe doch... Oh, ich bin doch losgelassen. Scheiße. Jetzt nimmt er mich wirklich durch. Immerhin. Ich wusste gar nicht, dass auch Fails dazu zählen. Ich dachte, du musst die 100 Eier, äh, ja, halt insgesamt... ...durch Abschlüsse der Level bekommen. Also die einzelnen Level perfektionieren. Ich sollte nicht währenddessen reden. Das ist keine gute Idee. Er wirft aber immer das gleiche Muster. Ja, ja, das schon. Das schon. Deswegen ist es auch absolut cringe, dass ich einfach immer noch nicht besser geworden bin. Ja, wenn man sich... Ach, Digga, als ob mir eins fehlt. Halt's Maul! Wenn man sich mal richtig konzentriert, ist es nicht so schwer. Ich würde sagen, wir schaffen sogar alle 30. Spacken! Spacken! Hätt' einfach jetzt aufhören sollen. Das ist die schwierigste Stelle, finde ich. Das waren nur 5, hat er richtig geschätzt? Ne, ich hab doch mehr als 5 Fails gehabt, oder? Ziemlich sicher. Ich bin so ein Opfer, Mann! Hab das jetzt sogar richtig gemacht und dann anders reingeschissen. Wahrscheinlich komme ich nicht mehr ansatzweise an 29 ran. Man hätte einfach zufrieden sein müssen. Das Spiel denkt sich auch so, was willst du eigentlich? Du bist doch schon über deinem lächerlichen Skill-Level. Gib dich zufrieden und hau ab jetzt. Mario Party ist back. Ja, nur in Extremform. Stell dir mal vor, das sind Mario Party-Menü-Spiele. Oh mein Gott. Fick dich, Mann! Gut, wir haben aber auf jeden Fall was gefunden, wo es Save Rage geben wird. Und dieses Magoland. Aber hieß es nicht, man soll hier Spaß haben? Es ist doch nicht immer... Warte, es ist doch nicht immer dieselbe Abfolge. Es gibt ein paar Variationen. Ist mir schon vorhin aufgefallen, wo ich mich gewundert hatte, dass das eine Ei nicht kam. Es gibt Variationen tatsächlich. Es ist nicht immer dieselbe Abfolge. Oder bin ich völlig blöd? Die 29 waren nur vom Game, um dich zu baiten, damit du es eine Stunde die 30 versuchst. Ja, ja, eben. Eben, 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 eben. Ich hätte einfach aufhören sollen. Das... Das ist genau der Trick. Fick dich. Ich will die andere Variation haben. Die liegt mir ein bisschen besser. Ja, ich habe eh schon eins verpasst. Ich glaube, das war jetzt genau wie der Versuch, wo es vorhin geklappt hat. Ich wäre nämlich jetzt wieder bei 29 rausgekommen. Shit. Also, so kurz vor Ende, da wird es nochmal assi. Ich habe schon welche verpasst, oder? Ich glaube, du musst noch den Boss aus Welt einspielen. Ja, ich weiß, aber das macht es süchtig. Der hat mich jetzt echt gebaitet. Das mit diesen 29, das hat bei mir voll funktioniert, weil ich jetzt innerlich so die Hoffnung habe, ja, ich schaffe die 30. Aber, äh, nee. Schon verpasst. Schon vorbei. Sagen wir, ich mache noch fünf Versuche. Wenn es nicht geklappt hat, dann hat es halt nicht geklappt. Zu früh geschlossen. Das ist der wahre Endboss. Naja, pass mal auf, was bei den anderen Minispielen noch abgeht. Also, dieses mit den Schuriken schmeißen, das war ja auch krank. Da ist ja ein Fehler und du kannst nach Hause gehen sofort. So lächerlich. Mann! Ey, der Typ hat uns so gescammt von wegen Spaß. Hier wird man zerstört. Zerstört! Piss dich, Mann! Der Roboter sieht aus wie König.de, ja, das ist ja der Witz dran, weil das ist auch hier, äh, Endboss-Raum aus Curvy-Streamland. Loll! Aber wir haben bei Level 2 noch nicht alle. Wir haben bei Level 2 noch nicht alle. Ich weiß gar nicht, wie ist da der Stand? An 25? Skilltendo! Is da! Okay, alle Level geschafft, aber das heißt nicht alle Missionen. Zwei fehlen uns und zwar, ja gut, das ist einfach, Spiele mit der Maske, muss man halt erst freischalten und schließe sämtliche Eierdorte-Missionen ab. Ja, okay, okay. Dann wird das darauf hinauslaufen, dass wir das schaffen. Hier bei Eierdorte. Also eigentlich haben wir es schon geschafft. Das ist ja nix hier, mit der Kostümmaske spielen. Ne, das ist ja nix. Geil! Hahaha, aber bei den meisten anderen werden wir das nicht schaffen, glaube ich. So, was kriege ich jetzt? Zufalls-Power-Spender. Achso, da kommt dann einfach irgendeine random Fähigkeit raus. Und neue Masken. Warte, die Kanone-Items, die ich jetzt bekommen habe, wo sind die dann? Gibt es so ein Inventar? Wo ich die rausziehen kann? Anita Vorrat, nochmal danke für den 10er. Ehre, krass. Und Gui. Oh, der ist auch süß, ne? Ihr seht, der Hustle lohnt sich. Man schaltet halt dabei richtig viele Masken frei. Aber die DDD-Maske war jetzt nicht dabei, oder was? Ah, die, die ist so Scurvy64, ne? Das wollte ich auch mal streamen. Wobei das ja nicht so gut sein soll, aber schauen wir mal. Alter. Gib mir jetzt die DDD-Maske. Wobei es kann sein, dass man die nur im Story-Verlauf bekommt. Macht schon Sinn eigentlich, ne? Ah, wobei, wenn Dark Meta Knight hier einfach rauskommt, dann ist es vielleicht doch einfach random. Gönn. Wir brauchen DDD. Du kannst die beim Souvenirladen ausrüsten oder ein Menü. So, ich dachte, beim Souvenirladen muss man die noch kaufen oder sowas. Oh, jetzt gibt es hier sogar noch mehr. Der Hustle hat sich ja mal sowas von gelohnt. Ja! Geil! Dann können wir die Mission heute noch voll machen. Zwölf Bonus-Stempel? Achso, weil wir zum ersten Mal diese eine Attraktion gespielt haben. Ah, ja. Hey, Kirby! Oh, du hast deine erste Mission bewältigt. Ich wusste doch, dass du es drauf hast, Kirby. Wenn du noch ein paar weitere Missionen schaffst, erweitere ich unser Angebot an Souvenir-Artikeln. Vielleicht sind ja auch bald besondere Masken dabei. Also, ich fand die jetzt schon besonders. Wir haben Dark Meta Knight, DDD und einige richtig alte Charaktere. Was packst du denn noch aus, bitte? Insgesamt warten 100 Missionen auf dich. Streng dich an und bewältige sie alle. Aber was noch viel wichtiger ist, vergnüge dich. Das wird mehr Rage und das weißt du genau. Erzähl mir doch hier nix. Drecksau. Der weiß ganz genau, was er hier macht. Wir haben auch echt immer Sound-Effekte. Cool. Oh. 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 KB64, der Final Boss ist ne Wucht. Pff. Oh. Ja. Das wird besonders. Aber irgendwann werden wir das auch noch streamen, denke ich. KB64, die geilen Fähigkeiten-Kombinationen. Oh. Davon weiß ich noch gar nichts. Davon weiß ich tatsächlich noch nichts. Ich hab immer nur ein paar Videos zu dem Spiel durchgeklickt. Ich kenne das eigentlich gar nicht groß. Und halt hauptsächlich auch zur Recherche von, ähm, Vergessenes Land. Weil das ja dann nochmal mehr 3D war. So richtig 3D. Und KB64 ist eher so Fake 3D. So, jetzt haben wir alles geschafft, ne? Ja. Du hast alle Missionen von Eierdottel bewältigt. Als Belohnung kannst du ab sofort beim Spielen dieser Aktion einem Geheimsong lauschen. Wähle ihn dazu einfach am Eingang der Attraktionen aus. Bro, bitte. Lass es diesen endlos geilen Soundtrack von dem Kirby Streamland sein. Wo du im Schloss bist. Dieser insane heftige Soundtrack. Den jeder feiert eigentlich. Bitte, 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 bitte. Oh, ne Statue gibt's auch noch. Mit Gold, Rick und Keen. Ja, sie bemühen sich schon durchaus, Belohnungen springen zu lassen, ne? Wow. Marsha. Also, wo will ich jetzt den Soundtrack aus? Musik normal. Geheim. Ah, damn it. Es ist zwar ein Retro-Soundtrack, aber nicht der, den ich mir erhofft habe. Als ob. Nein. Oh, das wäre so mega Hype gewesen. Aber gut, ihr habt ja auch gesagt, das Minispiel ist an sich auch ein Easter Egg aus Kirby's Adventure fürs NES. Das Game kenne ich halt nicht, deswegen... Scheiß drauf. Deswegen wusste ich das jetzt auch nicht. Und wahrscheinlich ist das der dazugehörige Soundtrack, oder? Dann macht's natürlich schon durchaus Sinn. Ja, die Musik können wir aber auch hören, ohne in das Game zu gehen. Ich lasse es noch ein bisschen laufen hier. So, fördert's. Kuss. Nochmal für 24, aber bitte übertreibt jetzt heute nicht, Leute. Dankeschön. Aber wie gesagt, chill, 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 chill. Der Track ist auch ganz nice. Naja, mich spricht er jetzt nicht so an, aber vielleicht ein anderer dann. Der Fisch erinnert mich an Karpat, oder? Er hat schon Ähnlichkeiten, ja. Schimms, danke fürs Zuschauen von zwölf Jahren. Jupp, jetzt ist es der original Kirby's Adventure Soundtrack. Ja, dann hängt es damit zusammen. Okay. Ja, kann ich verstehen. Macht ja mehr Sinn dann. Alright. Das ist dann schon ein Ansporn tatsächlich, hier rein zu hustlen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir alle 100 schaffen. Ich möchte jetzt nochmal hier in den Souvenirladen schauen. Ja, tatsächlich. Das hier ist mein Inventar. Okay. Ja, dann nehme ich so ein Heil-Item mit. Kann ja nicht schaden. Aber wie benutze ich das dann nochmal? Auf welchem Knopf? X gedrückt halten. Alright. Ja, nice. Ey, Magulant. Gefällt mir gut. Da freue ich mich tatsächlich schon auf Part 2. Geil, 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 Geil. Ja, jetzt wird es grafisch leider nochmal ugly. Whispy Woods. Hat halt auch krasse Umrandungen und da finde ich auf jeden Fall die Originalversion besser. Im Kampf gegen Whispy Woods müssen wir natürlich zu Feuer gehen. Alles andere wäre doch Blödsinn. Wir machen hier doch keine halben Sachen. Das sieht so schlecht aus. Der Hintergrund ist geil. Aber was ist das denn? Jetzt bläst er gleich, oder? Ich habe Angst, die ganze Zeit, dass er bläst. Ach so, erst in der Rage-Phase. Aber hier oben sollte man eh sicher sein. Also mit der Attacke kriegt er eigentlich. Ja, das ist der Trick. Einfach den Dash. Bisschen Speed und dann nach rechts drücken und B-Spammen. Dann kann er einfach nichts machen. Du, Keck. Was ist denn das hier? Ach so, die Paddeln von dem Luftschiff von Magolor. Hm. Wie geil, dass ich am Boden so gedreht hab. Wie geil, dass ich am Boden so gedreht hab. Du hast es geschafft, Kirby. Mein Kreuzer hat seine Ruder zurück. Vielen, vielen Dank. Jetzt fehlen nur noch vier Sternkreuzerteile. Kann ich auf dich zählen? Es fehlt nämlich auch noch ein ganzer Haufen Zauberzahnräder. Ja gut, da haben wir eins vergessen in deinem Level, ne? Das ist jetzt auch so super ärgerlich, dass genau eins fehlt in Welt 1. Dammit. Und nur mit ihnen können die kaputten Türen im Kreuzer repariert werden. Ich habe hier einige tolle Minispiele, die du mit Freunden spielen kannst. Und Testräume zum Ausprobieren der verschiedenen Spezialpowerarten. Und zudem noch ganz viele Prüfungen, in denen du dein Geschick erproben kannst. Du musst nur genügend Zauberzahnräder finden, um ihre Türen zu öffnen. Nimm also alle Zahnräder mit, die du finden kannst. Wow, du hast ja schon zwölf Zauberzahnräder gefunden. Super, Kirby. Damit kannst du schon die Tür zur ersten Prüfung öffnen. Die Prüfungen findest du im Raum rechts von uns. Willst du gleich mal nachsehen? Ja, safe. Optionen bitte. Wie gesagt, kein Zugriff drauf. Und ins Title-Menü gehe ich jetzt nicht zurück. Okay, also es ist wohl doch vorgegeben, was man da bekommt. Schwertprüfung. Erreichst du das Ziel? Bevor die Zeit abgelaufen ist, hol dir den Rekord. Ich weiß nicht mal, was mich erwartet, aber okay. Du kannst das Seil zerschneiden. Weg nach über dir kannst du mit einem Aufwärtsschlag besiegen. Versuche das Ziel zu erreichen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Okay. Ja, also diese Münzen geben Punkel. Ja, und was? Da oben war doch jetzt noch ein anderer Weg. Ich dachte, es ist ein linearer Kurs. Als Ob, Digga. Woher... Woher willst du denn Blind wissen, dass du dann nach rechts musst? Ist ja eigentlich gar nicht möglich. Warum sah das Ding gerade aus wie Grammoklis? Das Pokémon. Hä? Doll. Ach, come on. Was ist denn das für ein Scam hier? Oh mein Gudnes. Es gibt super viele Secrets. Ich glaube, man soll das Blind auch gar nicht schaffen. Sondern das ist darauf ausgelegt, dass man das mehrfach spielt. Und dann optimiert. Da war eine goldene Münze. Ja, ja. Ich habe sie gesehen im Augenwinkel. Die bringt 1000? Alter. Ja, gut. Ich glaube, für den First Tray war es ganz okay. Ja, Silber. Kann ich mit leben. Im alten LP bist du bei einer Prüfung absolut verzweifelt. Und hat es auch generell bei vielen Struggle. Oha, okay. Ja, ist halt ein bisschen komisch. Wie gesagt, also blind ist es gar nicht möglich, Gold zu kriegen. Denn, glaube ich, man soll es halt häufiger spielen, um dann zu optimieren. An sich ist es ganz cool, dass es so viele verschiedene Wege gibt. Bin mal gespannt auf den Rest und vor allem auf die Neuen. Da oben. Für 20 können wir ja schon die von der neuen Sandfähigkeit machen. Und der Rest waren Trainingsräume, ne? Oder? Magolor's Bücher hat's. Binde das Zauberbuch mit demselben Titelbild, das Magolor dir zeigt. Drück A zum Springen oder hoch oder B, um ein Zauberbuch auszuwählen. Sobald es letzte Chance heißt, kannst du doppelt so viele Punkte wie zuvor einheimsen. Finde so viele Goldzauberbücher wie möglich und sichere dir den Sieg. Also, das ist auch schon wieder ein Minispiel, ja? Okay. Mehr Content, why not? Das sieht ja einfach aus wie so ein Professor. Also, ist das so Memory-mäßig? Glaub schon. Ja, ne? Okay. Die CPUs sind so dumm. Ich glaube, das kannst du dann auch in Multiplayer spielen mit Freunden und so. Hä? Ach so. Letzte Chance. Schnell. Achso, jetzt kann man, ja stimmt, jetzt kannst du mehrere einsammeln. Okay, 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 Pilz. Zauberstab. Ah, Dreckzau. Pistall. Ehhhhh, nein, da ist, ahhh. Oh Leute, ich habe jetzt einfach auf random Basis am Ende irgendwas eingesammelt, das war sogar richtig. Aber ich habe eben mal gewonnen, ist cool, ja, kann man machen. CPU können gar nichts, true, aber es gibt ja auch Level 2 und 3, genauso wie Magoland gerade eben. Kann mich daran überhaupt nicht erinnern, ist das auch neu? Das sind dieselben Minigames wie von Magoland, weil im Originalspiel die Minigames hier im Schiff waren. Was? Nein, oder? Was? Das muss doch Bonus-Content sein. Die können doch nicht beides doppelt verwursten. Da konnte ich doch jetzt gar nicht hinkommen, das war nicht möglich zeitlich. Oh, er hat auch neue Tricks am Start. Achso. Oh, ich dachte es auch. Elflin, es gibt eine Elflin, die ist ja egal. Crap. Eiscreme, Eiscreme. Shit. Bombe. Oh, come on. Ja, diesmal habe ich zwei, wichtig. Schwert, wo ist Schwert? Da ist Schwert. Yo, Sieg, Sieg. Das Minigamespiel ist neu, es sind aber dieselben wie in Magoland. Hä, for real jetzt gerade? Also spoiler ich mich im Prinzip im Moment? Wollt ihr mir das damit sagen? Hä, what the fuck? Was ist denn der Sinn davon? Ich glaube nur im Schiff sind die Multiplayer möglich, aber sind die gleichen wie im Magoland. Oh, was ist denn Trash? Echt jetzt? Ja gut, dann äh... Ich mache jetzt noch Level 3, aber dann werden wir die anderen hier nicht spielen, weil es ja Blödsinn ist. Dadurch spoilern wir uns, ja. Es gibt hier natürlich nicht die Missionen, klar, aber es ist jetzt trotzdem komplett Gurke. Was soll das? Hä, what the fuck? Ich dachte, das wären jetzt exklusive Minigames, die du halt so Multiplayer spielen kannst, untergegen CPU. Aber so eine Doppelverwurstung ist ja schon übel scammy. Was soll denn das? Tch. Was? Manche Sachen muss man nicht verstehen, glaube ich. Hä? Wo... Den habe ich aber. Hier. Oh, knapp. Sauberstab. Hm. Rip. Okay. Ich führe, aber wird spannend. Nice. Lacker gehabt. Ah, aber den jetzt nicht gesehen. Elfelen. 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 Oh, dammit. Ich konnte mich jetzt nicht entscheiden, wo ich hingehe. Blume. Blume, 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 Blume. Erdbeere. Okay. Ja, Win. 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 Win ist da. Was bringt das dann? Checks auch nicht. Wie gesagt, ich verstehe absolut nicht, warum man das doppelt. Ich gucke auch gleich nochmal nach. Wie hieß das Game? Die Sache ist halt, dass das Original selber zwei Minigames hatte und die waren von der Location her beim Schiff. Da, wo diese Minigames sind und die wollten diesen Raum nicht leer lassen, I guess. Was? Achso, also von den zehn Minispielen, die wir im Magoland haben, sind acht neu. Ist das true? Dann macht es schon ein bisschen mehr Sinn, aber es ist dennoch irgendwie weird. Ich hätte jetzt trotzdem diesen Raum hier gestrichen und alles ins Magoland verlegt. Sowohl Missionen als auch Multiplayer-Gedönse. Ach, wobei, warte, ich muss ja gar nicht überprüfen. Wenn ich jetzt hier nachschaue, wird irgendwo Aya Dotter sein wahrscheinlich. Wo ist Aya Dotter? Hier. Oh, das heißt aber auch, also wenn das so ein bisschen nach Schwierigkeit gestaffelt ist, dann haben wir angefangen mit einem... Ja, mit einem so mittelschwierigen Minigame. Ja, wobei... Oh, gut zu wissen, dass das hier anscheinend Hardcore-Shit ist, weil das fand ich auch mega asozial. In Level 2. Und da kommt ja noch Level 3. Alles klar. Okay, dann ist das wohl so das King-Minigame. Alright. Neun sind neu, weil sie ein anderes Minigame weggemacht haben. Hä? Was war denn das für ein Spiel, dass es gecancelt wurde? Das sind die Trainingsräume. Okay. Ist ja auch wild. Also wenn du dich aktiv dazu entscheidest, ein Minispiel zu löschen, dann muss ja da wirklich was schief gelaufen sein. Ach ja. Lass mal die Maske wechseln. Deswegen ist der Bruder, glaube ich, auch hier. Du hast das Eier-Dotte geschlossen. Ja. Ist auch so ein Witz, oder? Im Maguland ist ja alles sofort verfügbar. Aber hier brauchst du eine gewisse Anzahl an Zahnräder, um die Spiele freizuschalten. Das macht sowas von überhaupt keinen Sinn. Das Spiel war mit V-Mode zum Zielen. Okay, dann geht es natürlich aus technischer Sicht nicht. Joa. Welt 2 freigeschaltet. Ich muss aber sagen, dass mit dem einen Zahnrad, das triggert mich jetzt gerade so unnormal. Ich hole das jetzt noch. Ihr habt es wahrscheinlich eh schon alle geahnt, oder? Dass ich das jetzt nicht so stehen lasse. War doch klar. Ah. Es war doch klar. Aber wenn mal in einer Welt irgendwie 3, 4 fehlen, dann mache ich es nicht. Aber wenn es nur eins, vielleicht zwei sind, dann ja gut. Vor allem, wenn die nicht so schwer waren. Aber das triggert mich jetzt gerade. Müsste mir aber nochmal sagen, wo genau war das denn? Bei dem Lolli, oder bei der Tür oben? Wo ich sogar schon überlegt habe, ja, maybe erstmal nach rechts gehen. Hüsin Talk. Danke für zwei Coins. Noch eine Woche bis Dom Tentu. Zwei Jahre. Zwei Jahre Mitgliedschaft meinst du? Stabil. Vielen Dank. Gibt es dann auch ein neues Icon, wenn sie übern ist. Die Silber Cappy. Wird kein 100% LP, in Anführungsstrichen. Ja, wird es wahrscheinlich auch nicht. Weil dazu zählen ja auch die Missionen eigentlich. Aber so ein Zahnrad, das triggert nicht. Das kann ich jetzt nicht so ignorieren. Bitte spiel MK7 online mit Community. Scheiß auf 4K. Äh, habe ich doch damals gemacht, als das Spiel Let's Blade wurde. Aber nochmal. Mal schauen. Also maximal ein Online-Part würde ich sagen. Muss ich aber gucken, wie das technisch funktioniert. Die Masken sind süß. Ja, ich feiere die. Das ist nicht so der mega Aufwand, die einzuprogrammieren, behaupte ich mal. Aber auch schon ein Mehrwert. Können wir machen. Ich werde da auch häufig durchwechseln. Jetzt habe ich es immer noch nicht gelesen, wo das scheiß Zahnrad ist. Oder es hat keiner geschrieben, weil ihr alle eingeschlafen seid. Ja, aber es gibt ja nicht so viele Optionen hier. Aber ich habe das sofort gerochen. Mir war das sofort klar, dass ich jetzt irgendwas vergessen habe. Verpasst? Wie verpasst? Kann doch nicht in dem Raum davor gewesen sein. Da war doch schon eins. Hä? Ja gut, wir haben eine Stream-Verzögerung. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, was ihr gerade seht. Hier ist es jedenfalls nicht. Bei der Tür nach rechts. Danke. So eine Information brauche ich. Das ist kurz und knapp und leicht verständlich. Darum ging es. Hier, die meinte ich auch. Ich bin hier reingang. Ich habe kurz überlegt, soll ich nicht? Leck mich am Arsch. Als ob das einfach da oben am Baumschild! Das ist aber auch, ehrlich gesagt, schlechtes Level-Design. Ich muss jetzt haten. Weil wenn du so einen blöden Lolli bekommst, singst du den Spieler ja dazu zu speeden. Da schaut doch kein Schwein, was da bei der Tür noch ist. Sondern du gehst schnell durch die Tür durch. Weil du denkst, okay, du musst jetzt da schnell rein. Da ist irgendwo irgendwas, wofür du diese Unverwundbarkeit brauchst. Aber es ist eigentlich nur Scam gewesen. Ne, ist leider Trash, dieses Zahnrad. Aber gut. Na stirb jetzt, du Sau! Komplett ausgelöscht. Und wir wollen auch einmal reinschauen hier. Lass deine Beam-Magie umherstellen! Sammle Energie für einen Kugelbeam oder verteidige dich mit einem Sphärenbeam. Das ist der Trick dahinter. Ja, ist aber meiner Meinung nach schlechtes Level-Design. Weil das macht keinen Sinn, sowas. Peitschenbeam, Kreiselbeam, Sturzbeam. Ja, alles geil. Das Aufgeladene ist auch wieder völlig broken. Und mit dem Move kannst du auch lange in der Luft chillen. Hat auch Vorteile hier und da. Komm, jetzt noch die Eins holen irgendwie. Wobei ich fast keine Hoffnung habe. Ich kapier's nicht. Junge, es ist doch nur sinnig. Am untersten Punkt für den meisten Schwung A zu drücken. Warum komme ich dann nur auf 2 und 3? Jo, gut. Welt 1 komplett. Hat durchaus Spaß gemacht. Vor allem auch durch den neuen Content. Welt 2 dann morgen. Joker und Robin Alteweyer. Danke noch an eure Mitgliedschaft. Und Paul Mattes für 2 Münzen. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Wenn ja, gerne einen Like da lassen. Dann weiß ich Bescheid, dass mehr kommen soll. Aber es kommt sowieso mehr. Muss ich euch sagen. Ich kann euch jetzt nicht baiten. Ich muss euch die Wahrheit sagen. Es kommt so oder so mehr. Trotzdem wär's schönes zu sehen. Und ja. Danke fürs dabei gewesen sein. Morgen Welt 2. Vielleicht auch Welt 3. Mal schauen. Aber bisher hat Spaß gemacht. Freu mich auch sehr aufs Magoland. Muss ich sagen. Das wird geil. Das wird geil. Ich bin gespannt. Ich bin genauso gespannt. Ich bin cooler Kindern. Das wird schönes. Ich bin auch glücklich. Wo wird die